Ist das der Tag, der Europa verändern wird? Guten Abend zu den Tagesthemen heute live aus Athen. Wir stehen am Fuße der Akropolis, wo einst die europäische Demokratie geboren wurde und wo heute zumindest hatten das viele befürchtet, der Anfang vom Ende des Euro eingeleitet würde. Danke Jan Hofer und damit verabschieden wir uns fürs Erste und melden uns noch einmal gegen 23.30 Uhr noch einmal mit einem Tagesthemen extra zu dem Wahlausgang in Griechenland. Bleibt noch schnell das Wetter, das in Deutschland nicht ganz so stürmisch und heiß ist wie hier in Athen, aber immerhin über 25 Grad mit Hitze gewittern. Und damit zurück zu Matthias Obdenhövel und Mehmet Scholl.